Da ist etwas am Unbekannten, das dir das Gefühl von Heimat gibt. Wo jeder Schritt, den du machst, ein Schritt näher zu dir selbst wird. Es ist dieser Moment, in hier und jetzt, an dem du wirklich lebendig wirst. Bist ein Teil der Natur. Und die Natur ist, wo du hingehörst.